Dior und Nervin 2 Oh ne Kippt den Digger Kippt den Piss Standing like nice to meet you Thanks for Hääää Oh Jaden Dometic meine Freunde war's genau Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel Der letzte Part des Vlogs Ich muss ehrlich sein, ich hab gedacht ich hab noch ein bisschen mehr aufgenommen Mit den Jungs zusammen Aber ihr müsst euch vorzustellen Da war es so 2, 3, wir sind nach Hause gekommen Alle sind schon tot, ich hab meine Freundin nach Hause gebracht Und dann ging die Luzi ab Wir waren so am Arsch Ich werd nicht alles zeigen, ich werd so paar Outtakes zeigen Joa Ich wünsch euch viel Spaß noch mit diesem Vlog Es kotzen gegangen, macht jetzt weiter Digga Wunder, du warst doch grad erst kotzen Digga, er hat 4 Shots getrunken War danach kotzen Kommt ihr Und trinkt auch rein, Digga Der Knacks, Digga Mein Gott Das ist doch lieber Aber 2, ne Bitte Zeig mal, zeig mal, Heid Was ist los denn? Heid, zeig mal bitte Herr Pudel ist von dir? Heid, zeig Wir schießen uns weg Heid, zeig mal, Heid, zeig mal, Heid Heid, zeig mal, Heid Wie kann er so eine Scheisse? Heid Heid Ich liebe es, heid, zeig mal, Heid Heid, zeig mal, Heid Was für kleine Theresa Oh, es geht kaputt, mein Gott, es geht kaputt Wir haben es einfach 2 Uhr, 2 Uhr Heid, zeig mal, Heid Ich bin die Beine Heid, zeig mal, Heid Heid, 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 heid Heid, 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 heid Er sagt, welcome Keine piecetag No Weißt du, was we i jullie se Gib mir mal ein Weil keine auf die lust Nachte mir ein Thea Und wenn Ich hab noch das zuhört! Oh, oh, oh! Und jetzt mal ein bisschen! Oh, oh! Freize mich aus, Mann! Ey, hör mal die Tür auf! Ey, hör dir mal zu, Digger! Digger, der hat einfach nicht gericht... Die wollen, so wie ich einfach... Oh mein Gott! Alter... Alter, du hast einen starken... Hör mal, wie der schnarcht, Digga. Komm. Darf ein Statement? Ja, ey, mega. Mega, oder? Mal ehrlich. Mal ehrlich. Bo permanently. 4. Nachrichten mit 2,0. Mal ehrlich. 20. 20. 21. 20.